ja willkommen zurück zu diesem format hier auf meinem kanal philipp drachenberg ja diesmal ist die grafik wieder normal eingestellt ich habe die jetzt verbessert die falsche richtung oder ja total die falsche richtung du holzkopf wir müssen nämlich nach da genau aber Kadavros im salabim die grafik ist jetzt besser so genau ist immer richtig sehen tue ich jetzt nix aber das ist schon nicht schlimm weil ein bis an sie nach dem schweiz das ist die gerade mit ruhe es war noch so aus okay alles hätte echt gut sein können ich hätte mich dann festheben müssen hätte ich schon länger kein zu sprung sein mehr okay wer erwartet mich hier die steine kaputt gemacht ja gut jetzt beschehen okay du kannst mich wieder runter wer spricht da schon fertig oder was ne quatsch hier müssen wir rein was ich da da ist doch gar nichts jetzt wegen dem einen schatz hier nur hingelaufen der hier ist hübsch ja küsse aus aber eine trufe fehlt noch er habe ich jetzt gerade eben doch mit gesehen weil ich meine dass ich vorhin gerade eben wo mir runter gesprungen sind da auch eine truhe gesehen nee aber da war keine drohe ach so du gehörst auch zu dem gebiet dazu deswegen ja und die trufe findet sich jetzt wo da oben jetzt ist immer wieder zum seil zu gewöhnlich vermuten genau umgebracht hätte wäre es gar kein thema gewesen aber da war der kellner anderer meinung und wollte sich natürlich gerade bequem und einfach mal schnell das leben nehmen so schön 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 und jetzt können wir mit dem vogel nach der drübe fliege dafür war der geplant ok darüber ja hierüber landen ja hierhin genau ich denke mal hier kann man auch noch irgendwas erkunden irgendwas wird zu bringen oder nö oh ja jetzt weiß ich was es gebracht hat dass wir den ganzen weg noch mal laufen dürfen auch mann nur so jetzt reicht es mir aber hier spiel du mich auf alle nas lang müssen wir jede scheiße noch mal neu machen das macht doch kein spaß so gut der weg war jetzt nicht weit aber ich weiß jetzt wenigstens dass wir bevor wir eine scheiß abkürzung mit freigeschaltet haben wir keine dumme faxen machen sollte das war aber auch mal wieder im keld seine schulden weil er ja so super krasser jungen ist so jetzt schalte mir erste die abkürzung frei so so lass mich in ruhe so gut freischalten schade ist jetzt gar nicht auf dem fernbild drauf egal 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 schnitzel oder was ok und jetzt gibt es jetzt was es mir hier noch freischalten sollte ich glaube jetzt haben wir alle versteckte dinger hier gefunden haben verlassen und haben also ein machtriss eine essenz fehlt uns noch da müsste ich jetzt gerade echt mal nachgucken genau schauen wir mal kurz wo die letzte essenz ist das ist wahrscheinlich so wie immer wenn ich jetzt auf ist es wahrscheinlich einfach nur wenn wir mit dem vogel wieder runterfliegen okay essenz gesundheit schauen wir mal kurz wo das ist das sieht so aus als hätte ich das schon gesammelt du wartest das das habe ich schon es sind es vielleicht keine punkt aber ich glaube das haben wir tatsächlich jetzt passt mal auf die gewalt kurz runter das was soll das das ganz kurz ja genau jetzt weiß ich wo wir hin müssen ich habe die idee weil der verlassene damm wurde jetzt immer noch nicht ganz fertig angezeigt deswegen ist meine kleine aber feine vermutung dass wir jetzt hier kurz runter fahren müssen holen wir mal kurz der aufzug hierher und jetzt fahren wir mal runter zack wir die essenz schon gesammelt hier unten mal ist das überhaupt ist wo ich wenn wir mich kurz mal nachdenken lasse ich mir rein das ist komplett der falsche ort oder da nicht unbedingt wartet mal äh frage ist jetzt wie kommen wir da raus wenn wir nach oben klettern dann kann ich euch grad sagen ob es richtig ist was ich grad gedacht hab äh ne ich auf jeden fall nicht richtig wo ist das irgendwie sieht es so aus als hätte ich das noch nicht gesammelt gehabt wo befindet sich das öffnen mal deine scheiß karten spielgeist ja ich kann damit nichts anfangen ja warte ich muss kurz das gesammelt noch mal neu machen ich brauche als dieser voll trottel ich ah ja 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 jetzt habe ich die Idee wo das sein könnte wenn wir doch dann da auch mal hingehen wollen wir doch dann auch mal dahin gehen täglich ist es ist jetzt Stich kommen jetzt Sauer müssen dann zu zweit zu blöd und nicht die mögliche Staubergeformen wir kommen trotzdem braun wird sie jetzt steht es sind noch und zu die Theorie immer wieder dieser holzkopf bloß mich in los bloß nicht ja ist klar dass mir das stehe das war darf und jetzt stirbt unterwetter unterwetter spielt du gehst mehr auf der noch was aber wenigstens ist die grafik geht zu werden ja freischalte oder was ja es gibt mich mit jetzt wollen wir noch drei fähigkeiten punkte da habe ich alles was es gibt maximal sehr schön also bewegung genau der typ aus dem guide der war grad ewe da unten genau hier das ist jetzt mal kurz schauen mit dahinten mit alles doch das ist da waren es liefen damit Samar die Stütz gerade selber schuld wenn du stirbst hat geht doch von dem Wissenskarten ich glaube ich habe das der Obeno nicht gesammelt Hallo richtig doch und drehen so können wir das so ein bisschen in wand reihen und da nein raus aus dem Gegenstand hier bis zu was so wird auch optimal kurz dann soll man das mal ein und dann haben wir endlich diesen blöde Damm fertig und dann haben wir die verlassen damit auch fertig ein macht riss und zwölf same kapseln wird uns theoretisch noch fliege aber schweiß auf den schweiß das haben wir fertig dann haben jetzt den teil der auch fertig die verlassen damit auch fertig die schlucht ist auch fertig dann kommen wir jetzt das südliche gibt genau so meine freunde dann würde ich sage machen wir uns doch mal auf den weg ins südliche gebiet genau doch ob da wieso ab nach oben der kälb ich muss mich konzentrieren bis ob er schade hätte genau ich glaube die schnellreise geht tatsächlich schneller wie wenn wir jetzt nach der dritte laufen wenn ich das auch egal er kann jetzt gerne gleich ein abo da lasse und morgen dann wieder bei die wirst du aus dabei sein da bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem spiel jetzt hier tatsächlich jahre gemerkt ist ein paar Film-Einbrüche aber egal Hauptsache das Spiel funktioniert jetzt einigermaßen flüssig und ich habe endlich diese nerverei hier los ach ja bisschen anstrengend wird es dann doch aber es ist ok so nach dahinten genau so ein zweck vielleicht sollten wir mit dem prospektieren anfangen was bd ja ja von du willst ich weiß nicht immer was prospektiere ist was ich prospektieren heute wisst ihr das ich hab noch ein klumpen gefunden ist ja schon kell soll es noch da genau zu diesem so so gut so gut gut so so gut und du steckst ganz schön tief drin was Turgel? immer auf der Flucht! kaum Kredits in der Tasche! alle hassen mich! es ist egal wohin ich gehe! ich bin immer allein! oh ich hoffe jetzt ganz ganz schlimm was falsches verstanden! habt ihr da auch ganz schlimm was falsches als andere Leute? dann schreibt es mir jetzt in die Kommentare und äh benimmt euch! das ist nämlich so zu denkig jetzt nicht so grad die schlauste Idee! okay ist dich jetzt so dann müssen wir jetzt hier hoch so okay wo ist jetzt der Schatz? in die Richtung in die Richtung ah der liegt da einfach! wie blöd das man denn nicht eingesammelt haben schaden blöd so äh wo nach der Hündin die Höhle müssen wir noch aber zuerst mal nach da ja oder zuerst mal nach da wie zuerst mal gucken wir mal dass wir das Gebiet hier das Flussbett fertig machen genau zum Flussbett müssen wir erst einmal wieder nach unten kraxeln genau so äh und jetzt halt wir wollten nach da ja ja oder zuerst nach ja oder zuerst nach du beschützt eigentlich egal ja ratet mal wer grad gestorben ist schon wieder wie immer jetzt schnappen wir uns so einer komm äh was sagt die Karte mach sie kurz auf vielen Dank ja nein du sollst mitnehmen dumm 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 sagt das dumm dumm so jetzt müssen wir noch da oben wir tun gut du sag vielleicht sollten wir mit dem Prospektieren anfangen was bd Ok, ähm, ja, aber bevor wir jetzt dann gleich weitermachen, sehen wir uns erst dann wieder in der nächsten Folge, denn erst in der nächsten Folge geht es weiter, liebe Leute, ähm, genau. Jetzt gehen wir kurz noch nach der Runde, sammle den eine Priorit-Klumpe dort ein und dann, äh, würde ich sagen, warst du es dann erst einmal auch wieder für die Folge. Genau, den würde ich jetzt gerne noch sammeln. Oh, ich bin, ich bin erstaunt, Kel, dass du diesen tödlichen Sturz gerade überlebt hast. Sag mal, ja. Scheiße. Nicht, das ist ein dummer Hühner. So, wo ist er? Ja, genau da. Da auch wieder drin, oder was? Nee, da drin. Ja, das ist auf jeden Fall prioritvoll. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, liebe Leute. Ich hoffe, es hat die Folge gefallen, die war auf jeden Fall jetzt entspannter wie die letzte Folge. Es gibt nur die Macht. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. 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 Vielen Dank.